Ich bin einfach komplett verzweifelt, Freund. Ich wende keine Schuhe in meiner Größe. Oh mein Gott, was soll das? Heute war ich wieder mal auf der Suche nach neuen Schuhen und zwar, ich habe diese von Alitas gefunden. Die waren einfach mega stabil. Die waren auch für Kunstrasen. Genau das, was ich brauche. Plus die von Puma habe ich auch gefunden und die fand ich auch attraktiver, ein bisschen kreativer. Das zu Sonnen hat mir besser gefallen. Deshalb habe ich einfach versucht, diese anzuprobieren. Aber leider, Größe 44 hat mir gar nicht gepasst. Die waren einfach zu klein für mich, Bruder. Ich kriege einfach meine Füße nicht rein. Naja, wir haben mit einer halben Größe größer versucht und zwar einfach 44,5 und das hat auch wieder mal nicht funktioniert. Ich bin einfach komplett verzweifelt. Bei den Adidas hat 44 eigentlich schon gut gepasst und war ein bisschen zu klein. Also 44,5 hätte gepasst. Aber ich wollte unbedingt die von Puma. Deshalb habe ich einfach Größe 45 geholt. Dann hat es endlich geklappt. Ich habe einfach meinen Fuß reinbekommen und ich habe es einfach zugemacht. Aber vorne hat man gesehen, da ist noch ein bisschen Luft, noch ein bisschen Platz. Nichtsdestotrotz, ich habe mich am Ende für die von Puma entschieden, da der Saison mir besser gefallen hat. Was seid ihr Freunde? Von 1 bis 10, wie geht ihr denn schon?